ganz herzlich willkommen zu einer neuen folge endlich mal wieder zuletzt play kobe ich hoffe euch jetzt relativ gut ja ich würde sagen meine freunde mach einfach mal weiter hier also ich wünsche euch auf jeden fall auch jetzt viel gut laune also es geht einfach los hier und zwar jetzt genau jetzt geht's los und wissen übrigens gerade mit dem bosskampf also bitte nicht wundern wir machen einfach jetzt auch weiter hier und frauen wir schon drauf jetzt können wir machen jetzt können wir machen aber es ist weiter hier ich mache auch glaube ich auch müssen wir eben hier ein bisschen klar also müssen größer manche die katzen hier ist okay ja nicht schlecht und wir haben übrigens gerade auch schon die gute frau hier besiegt wäre ja letztes mal versucht diese blicken aber haben wir nicht schaffen jetzt haben wir es geschafft meine freunde die sind du auch diese kippen muss zwar noch mal so vorn machen aber sogar ist in ordnung ja sonst geht es gut ich hoffe auch euch genau so gut wie auch mir samstag hat auch nicht so viel achten ich habe mir nicht vorgenommen ein bisschen aufzunehmen aber ich mache ja dann sonntag dann hoffen die oder auch am montag die nächsten tage werde ich mal ein bisschen mehr aktiver werde werde ab ist egal ich habe trotzdem bock immer jeden tag was neu hoch zu laden du musst auch aber sein also sonst geht auch recht gut ganz genau gute laune auch sonst und auch gut stimmen auch sonst genau also muss sein jetzt gibt es auch schon das finale ich glaube ich glaube das ist schon doch ich glaube das ist das auch schon der letzte post oder ich glaube das ist schon der der letzte der letzte boss kampf hier oder kann es sein ich glaube schon und ja wir haben wohl das erste der will nicht vergessen aber sicher ist in ordnung dann machen wir halt ist nicht aber egal wir machen trotz einfach jetzt einfach dieselbe hier und ich glaube das ist das letzte level jetzt hier in dritten weil dann schon das finale ja dann ist schon die finale bei am start na ich bin schon sehr gespannt schon so schnell aber sogar wir haben trotz spaß habe ich glaube man sehr gespannt aber guck mal genau es geht einfach weiter hier meine freunde mit der rolle neue runde glaube ich sehr leicht muss sein ja ich hoffe euch geht genauso gut ich denke mal vollkommen am samstag doch ich denke schon auf jeden fall wenn sich völlig facken facken die scheiß wird aber ist egal so sehr schön frau bisher war toll gemacht naja habe ich schon gemacht die auch diese zackzackbogen immer cool eine annehmen ja toll guck mal eine an meine freunde so schön da kann man nicht zerstören ja so muss sein meine freunde muss ich sagen ja wie grafik nur scheiße es kann weitermachen hier so muss es sagen genau zack hatte so sehr gut ja und ich habe auch die spinnen fähigkeit meine freunde würden sie habe ich auch die fähigkeit ja nicht auch echt geil also die gefällt mir echt gut hier muss ich sagen ja schon echt nice die fähigkeit gefällt mir auch echt gut auch wenn ich manchmal nicht so der beste bin aber ich versuche auch anzustrehen dass ich einfach ein meister bin in dieser fähigkeit ja jetzt so muss es sein so sagt komm mal es ja komm einfach jetzt mal her schön fliecher guck mal an meine freunde guck mal einfach eine an was ich hier so mache meine freunde so ich würde sagen also jetzt gibt es schon der bosskampf auch jetzt schon ich hätte gehabt der bosskampf die ein bisschen nach hinten zu war ich weiß nämlich dass das der feuer bosskampf also ich habe gerade mal das ganze level gemacht also ohne euch dass ihr euch nicht machen müsst ich habe gesehen dass das ein bisschen langer war ich glaube das war ein bisschen langer doch glaube ich schon also schon irgendwie eher rentieren aber ist egal ich würde sagen mit drei Leute reicht es ja auch gar nicht hier los zu kämpfen oder damit ich glaube es reicht ich habe es reicht okay komm einfach mal her komm einfach alle hierher ich glaube ich jetzt glaube ich dass der ninja ist das ist glaube ich ein ninja also ein ninja fichte glaube ich genau was er hat was er gerade gemacht hat aber ist egal und jetzt muss ich glaube ich auch der bosskampf tauchen meine freunde ich auch glaube ich auch der bosskampf einfach auftauchen wird genau okay es gibt echt ernste probleme hier habe ich gerade alles meine freunde okay ich glaube nie also es gibt kein wassertypen aber es gibt glaube ich nur feuer wasser und also elektro kann man sagen genau ich hoffe ich würde jetzt gut mein freund oder meine im silten komisch aus ich glaube du siehst ein bisschen gemeint aus aber sogar und du hast peinz haben auch gut zu wissen ich bin partie seine die älteste der magischen ist zu binden okay ich finde ich auch glaube ich am schwersten ich habe ich habe ja auch noch in erinnerung dass am schwersten war es aber egal okay ich bin sehr gespannt zu beginn dachte ich noch du wirst nur ein ein einfalls google mit einem hand zu erwähnen aber jetzt ist mir ist mir klar dass du ein störst du bist der sich überall einmischen muss er wird aber nun endlich vorbei welchen da denke ich auch es muss sein aber vielen dank im namen unseren unseres geliebten dort eines realisiert des unheils hier und jetzt ein ende breiten ja wieder mal wieder weiß alles klar ich will auch mal ein bisschen ernst das spiel jetzt hier also ich verlobe ich zumindest einfach ernst zu ja ein verhalten jetzt hier komm mal her die ist echt gemein merkt schon die sich rd ist ja meine frau scheiß also auch die musik ist ich bin ich einfach jetzt schon gekommen ist das egal ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube in jedem in jedem level der dritten welt also in jedem also in jedes level am ende des also am ende der dritten welt sind habe ich jedes mal also jeden jeden also jedes mal nacheinander halt immer die fehlen oder die ganzen weiteren gekommen komisch aber wird jetzt nicht das okay das ist gemeint das gibt auf der welt das ist gemein hier das ist auch echt gemeint jetzt ich weiß dass die ausraste ich weiß dass das am besten bleiben ja klar die satz wird einfach alles aggressiv an okay auch das war ja mal in aber es in ordnung du kriegst eine strafe ein zack 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 ich habe sie kommen sie sieht bitte die schweine kommen sie die schweine muss noch muss nur die nummer aber treffe okay musste nur aber treffe okay wenn sie sieht meine frau jetzt wir haben sie nur einmal treffen müssen damit sie endlich besiegt sehr gut ist ja sehr nice aber ich bin zufrieden meine guter weiß ich toll gemacht aber ich höre macht habe ich mir bis schwere frau ich glaube ich habe es trotzdem gemacht ich weiß gleich früh schlecht oder schlechte fahr so in sowas aber sogar verstört noch mal ja ich glaube ich jetzt aber ich glaube sie ist ein bisschen sauer glaube ich kann sein woher kommt nur nur die wieder stand auf einen abendseligen er legt in die legten planeten wie diesen noch hast du wie auch immer dieses stück die stück herzens ist bereits in meinen sind mal du kleine rosa nerven sie gewinnt ist nach mir geht du deine diese elegante fest und die können von mir aus bis ende aller tage die vor ich auch ne bitte nicht ach ich habe jetzt gibt es zum ersten mal an diesem spiel genau man muss es nicht mehr weg rennen glaube ich okay ich würde ersparen meine vorne ach das ich war auch selber so kurz ach so dass wir genau deswegen das kann sein genau deswegen stößt ich glaube jetzt ist das level noch nicht eine genau wir müssen nämlich genau wir müssen noch noch für also deswegen wasser wird auch nicht so kurz oder so lang kann man sagen ach wir brauchen ein freund okay einfach brauchen ein freund also die will mir einfach zu explodieren bringen ab jetzt flog hier würde ich sagen dann müssen wir auch mal gerne das level noch spiel ist hier am ende kein problem gerne macht dann schon und zack boom ach jetzt machen wir dieses freund ist gerade geht es will auch sein als eigentlich mal oder ja auf jeden fall so sehe ich noch mal sehr nice jetzt hier zack ach und das leben auch sehr so groß ach so das weg und jetzt habe ich verstanden das habe ich vergessen das ist so war gut okay ich leider machen dass man mir verstehen kann aber es egal so schon mal schon mal schon mal aber lagerzeit müsst echt nicht sein lagerzeit müsst echt nicht sein meine freunde lagerzeit müsst echt geeinigt sein bei euch und auch bei unseren bei unseren ganzen aufwendigkeit hier die ich euch hänke die da dürft ihr einfach keine sekunde verschwenden deswegen versteht ihr auch deshalb deswegen mache ich auch so gut wie es geht die katz hier okay wir sind nicht man weiß dass es gemeint ist aber es geht na guck mal da ist unsere fest sogar gewesen ok darauf sehr dankeschön aber ich glaube ich glaube ich auch nicht lange aber es geht wieder weiter ach es gibt es eine neue passagen auch sein genau sagt aufpassen wir müssen aufpassen meine freunde wo es geht und man wird okay auch so gut gemacht nicht schlecht nicht ich bin zufrieden mit meine freunde ja ich habe aber ich habe auch aufgepasst ich habe aber auch aufgepasst ich weiß ganz genau dass ich auch aufgepasst habe was egal ok aber das war aber jetzt gut gemacht da ich auch sehr gut aber jetzt kann man auch jetzt jetzt kann auch einfach hier reingehen ok jetzt habe ich ja verlangt sondern gehen einfach mal rein jetzt hier ist ja gut ok es wird echt mal meine freunde kanzler da oben hin müssen ich glaube schon der augen das ist echt knapp meine freund abgibt oh gott 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 wird sehr gefällt ja aber ich werde noch an ich werde noch am start bleiben meine freunde also nicht ich wundere ich bin so schlecht heute bei aufnehmen oder auch bei den ganzen aufnahmen hier habe ich glaube ich auch und tritt hier und cool passt machen es mal guck mal eine eine freundsbrücke achten müssen aber okay wir müssen aufnehmen helfen wieder ok das darf ich war sein weil diese kranke da ist echt gemein aber jetzt jetzt können wir ihnen da vorbei das war jetzt nämlich nicht der quatsch wird weil das timing hat mir nicht gut passt weil da wäre ja auch der quatsch gewesen aber sogar so kommt weil er jetzt hier aber das müssen wir die füge okay machen wir gerne haben dann ist die schaffeln wir kommen muss auch mal eben perfekt landen das haben auch gemacht okay das frage ich sehr aber es knapp aber geschafft aber es machen einfach so durch spaß nicht macht mir schon spaß hier einfach alles und kaputt schön gemacht und das gibt am ende ach es gibt am ende nach so eine coole freundes statt aus auch cool gemachten also diese freund stellen passagier sind ein stern aber gleich das gemacht so eine freundin sehr gut sagt einfach als der quatsch die alle alle schönen tücher alle schön geht einfach besiegen guck mal an ja guck mal an nicht schlecht der nicht schlecht ich glaube ich glaube es ist spannend kann man auch an die dinge auch über siegert kann man die rede auch betreffen kann man auch okay wie das ist meine freunde aber dann habe ich jetzt über ob einfach alles erinnern also ob sie jetzt einfach halt in sich zu einer feld habe ich das gefühl aber es egal warum ist auch ein pustel da oben das ist auch noch aber bitte nicht auch gar nicht bitte nicht ich weiß es ist egal halt nicht aber es gut ist wir müssen nicht immer wir müssen ja nicht immer von ganz vorne anfangen wir haben immer solar station kann man sagen egal da oben der pustel gerade das pustel gerade gehabt da haben wir schon aufgesammelt schön gemacht aber wir sollten auch mal diese dinge auch hier kann ja nicht kommen die echte schuld haben kann man die eigentlich das schön glaubt nicht nehmen kann man nicht aber ich habe doch ich habe sie gerade das schön gekonnt aber es geht wieder nicht und das ist auch ein bisschen gemein aber ich war mich irgendwie alles die verarscht na gut denn nicht ich glaube ich habe ein bisschen beruhig ich glaube bis zu ruhig jetzt hier wird also nicht runterfallen dankeschön okay ich habe eigentlich mal was bekommen hier das war glaube ich das pustel und ich bin jetzt war hier ich bin wohl so runter ich bin ich bin wohl so zu zudel noch runtergefallen okay es hat ein bisschen aufversehen aber sogar und 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 haben jetzt noch was cooles nicht ja guck mal das wird auch spannend wie ich merke dann muss ich sagen okay jetzt geht es ja gut guck mal her jetzt hier heute mache ich spaß hier auch was haben wir diese coole fähigkeit abgibt ja gut so wie sehr guck mal her es gibt noch geht dann hier okay komm mal jetzt kann ich einfach alle her einfach an herz gehabt genau so muss ich dir aha schön gemacht auch hier ganz viel besiegt er kommt eine andere sehr schön ja cool gemacht auch hier geht dann nochmal flasch geflach gezogen flach gezogen ich bin so froh na also was einfach so viel spaß heute meine freunde wie immer halt aber das ist auch viel besser als mir halt mir fällt besser als vor zwei jahren ungefähr das haben wir auch schon fast wäre das ist ja schon wie es war fast zwei jahre her und dem ist es ja auch ein spiel das war entschieden aber ist auch man hier aber bitte nicht ich glaube ich glaube ich bin übernächst man mal angst schreiben ich glaube ich möchte übernächst mal so ein glitsch zeigen es gibt nämlich so ein glitsch da gibt es also 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 es so ein kleines es gibt so einen kleinen geheim versteck also also es gibt einfach ein ganz kleines geheim versteckt habe ich glaube ich bin auch gemerkt und früher ich glaube es gibt früher also hat man mir früher zu mir gesagt dass es hier so ein geheim versteckt gibt egal ich wird es auch ein einfaches hier weiter machen meine freunde und versuchen schade bleiben aber ich werde jetzt glaube ich nicht warten bis ich den dass da das geheim versteckt einfach finde das gibt glaube ich es muss man muss aber ich fünf minuten lang glaube ich muss dabei fünf minuten hier lang suchen oder dran suchen glaube ich habe ich glaube ich glaube ich kann drüber legen und ich kann ich kann mal dran ich kann man drüber legen ob ich jetzt mal machen meine freunde in einem anderen video aber ich glaube es haben schon viele zu brauchen aber ich habe ich hatte es zu sagen ich habe auch trotzdem bock drauf meine freunde selber zu machen also ja ich überlegung weiß ob ich es mal machen würde meine freunde ob ich es auch mal selber machen würde weil ich ja ich glaube ich habe auch schon mal selber gemacht habe ich früher so privat war ich aber ich weiß kann der witz im ganzen mal als gemacht habe ich aber wie gar nicht aber guck mal ich weiß nur dass sie so ein kleines versteckt gibt auch irgendwo wenn man halt fünf minuten die warten und wenn man halt fünf minuten einfach geht so rum scrollt dann kann sie auch einfach habe ich also ich habe ich habe ich habe ich schon mit so gehört meine freunde habe es egal aber ich kann jetzt mal weitermachen aber das mal egal oh mein gott ok 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 ich glaube es war schon meine freunde das war schon mal mit dem part glaube ich okay vielen dank hast du es war schon ich dachte es war schon dass das war schon meine freunde auch oder mit dieser ganzen welt jetzt hier ja wirklich vielen dank vorher auch wenn sie ja weil es bringt glaube ich sehr leicht heute aber auch einen guten tag einen guten tag auch gehabt also einen coolen passt auch gehabt und der war auch ein bisschen länger also jetzt hatten wir leider auch versehen auf die stück gestrickt aber heute war halt ja ungefähr sechs gut und dann kann er konnte die auf jeden fall wir sagen und das ist dann übrigens die nächste welt meine freunde man ist man auch bei der ballets bay für eure aufwärter werden echt viel spaß gab es hier und ich freue mich einfach mal nicht mehr weiterzumachen also bisher ich habe euch einfach so doll lieben meine freunde weil er war die beste grund die 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 einfach gibt auf der welt gibt bis dann jetzt mal ich habe euch einfach so die ich freue mich schon auf das nächste mal damit auch schau ich liebe ein freund